Ja, tach. Es ist soweit. Ich habe eine Kooperation mit Conway Bikes. Die haben mir für die Saison 2021 einen eBME 829 MX zur Verfügung gestellt. Komischer Name, geiles Bike. Bis zum nächsten Mal. Krasses Teil, oder? Ich sammle letztes Mal noch ein bisschen Erfahrung mit dem Bike. Und wenn ich ein paar Kilometer noch runtergerasselt habe und ein bisschen geilere Trails gefahren bin, dann mache ich mal noch ein ausführlicheres Review zu dem Bike. Wenn dich das interessiert und du das nicht verpassen magst, dann abonniere den Kanal. Weißt ja, wie es läuft. Ja, ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal.